Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren auf der Tribüne! Die soziale Marktwirtschaft ist seit 70 Jahren ein Garant für wirtschaftliche und soziale Stabilität in Deutschland. Warum? Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns. An diesem bewährten Kompass hat sich Arbeitsmarktpolitik zu orientieren. Wie gut dieser Kompass funktioniert, sehen Sie an den Erfolgen der CDU-geführten Bundesregierung. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit der deutschen Wiedervereinigung. Bei mir im Wahlkreis Böblingen haben wir Vollbeschäftigung. Auch in der heutigen Debatte um sachgrundlos befristete Arbeitsverträge stehen Menschen im Mittelpunkt. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag verabredet, Missbräuche bei den Befristungen abzuschaffen, also beispielsweise Kettenbefristungen. Wir dürfen aber umgekehrt nicht so tun, als ob sachgrundlos befristete Arbeitsverträge ein Massenphänomen sind. Wir haben derzeit 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, davon 1,3 Millionen mit sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen. Das sind gerade, meine Damen und Herren, 2,7 Prozent. Von daher ist Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, scheinheilig. Ja, er ist scheinheilig. Sie haben es in der letzten Wahlperiode geschafft, das Thema achtmal hier im Plenum zu diskutieren. Achtmal. Damit geben Sie dem Thema einen Stellenwert, den es eben eher nicht hat. Sie tun so, als ob es unter den Arbeitgebern ausschließlich schwarze Schafe gibt. In Ihrem Antrag sprechen Sie sogar, dass Unternehmen eine Machtposition hätten. Wer mit einer solchen ideologischen Brille die Welt betrachtet, wer sie in Gut und in Böse, wer sie in Schwarz und in Weiß unterteilt, der macht sich die Welt ziemlich einfach. Meine Damen und Herren, die Welt ist komplexer, auch unsere heutige moderne Arbeitswelt. Das wird hier jeder bestätigen können, der selbst einmal in der freien Wirtschaft tätig war, so wie ich. Auch ich hatte einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag. Daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, befristete Arbeitsverträge, meine Damen und Herren, sind kein Teufelswerk, sondern ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument. Ein Instrument, meine Damen und Herren, das Menschen Chancen eröffnet, Chancen, um am Arbeitsmarkt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu kommen. Lassen Sie uns diese Chancen weiterhin den Menschen geben. Und hier sind wir wieder bei unserem Kompass der sozialen Marktwirtschaft, also dem Anliegen, möglichst viele Menschen berufliche und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Denn letztlich ist es besser, befristet in die Arbeit zu kommen, als unbefristet arbeitslos zu bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Befristete Arbeitsverträge sichern Unternehmen eine gewisse Flexibilität, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber grenzenlose Flexibilität muss auch klare Leitlinien haben. Dafür haben wir im Koalitionsvertrag wichtige Elemente mit eingearbeitet. Was wäre städtessen die Folgen, wenn wir sachgrundlos befristete Arbeitsverträge abschaffen würden, so wie Sie es fordern? Unternehmen würden Stellen abbauen, wir hätten mehr Zeitarbeit und Arbeitsplätze würden ins Ausland abwandern. Und am Ende wundern sich die Linke, wenn die Arbeitslosenquote steigt. Lassen Sie uns stattdessen die wirklich dringenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt lösen, anstatt zum x-ten Male hier im Parlament über Ihren Antrag zu diskutieren. Schauen wir also auf Langzeitarbeitslose, auf Bildungsabbrecher, auf den demografischen Wandel, auf den digitalen Wandel. Davon sind weitaus mehr Menschen in Deutschland betroffen als der Zahl der Arbeitnehmer, über die wir heute hier sprechen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird in dieser Wahlperiode jedenfalls nutzen, um mit Blick auf diese zentralen Themen zu richten und den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, ganz im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Lassen Sie uns also gemeinsam ohne Ideologie an die Arbeit gehen. Vielen Dank. Danke. Nächster Redner ist der Abgeordnete Bernd Rützel für die SPD.